Hallo und herzlich Willkommen zu Rainbow Six Siege, mit den gleichen Leuten wie beim letzten Mal. Ja, der Christian ist auch immer, wir sind auch noch total, weißt du, der Cliffhanger war schon krass mit dem, ich muss noch kurz zur Tür, wir wissen es selber noch nicht. Ja, richtig. Das steht ja noch gerade so rum, aber das ist schon, schon knallhart spannend. Kann mich auch nicht mehr halten. Knallhart spannend und recherchiert. Ne, nicht recherchiert ist das nicht. Eins, Sänken, Drei, äh, Zwei, Schiff kommt echt nicht so häufig, schon lange ich mal guck's auf die Karte. Alter, ich hab die nicht getroffen, die scheiß Grone. Oh, lass du nicht. Braucht die nicht messern? Hier. Hallo? Ja, hallo, wir sind in der nächsten Runde schon, Christian. Habt ihr auch nämlich die Runde geschafft? Oder ist das noch die erste? Ja. Das ist die erste, die erste ist gerade erst angefangen. Ja, ich bin wahrscheinlich Rookie, äh, Rookie. Ja. 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 Komm, wir sind so brennend gespannt, wer war denn da jetzt an der Tür? Ja, ich hab gedacht, das wäre ein Nachbar, also der Nachbar, der halt sein Paket abholen will und schellt jetzt hier wie ein Blöden, weil der halt von außen sieht, dass die Lampen an sind. Aber ne, war, war der Rewe-Lieferant, der dachte, es hat keiner zu Hause, ist schon fast wieder gehen wollte. Da sind die. War ich mir auch so zu sagen, dass du Rewe-Lieferung bekommst? Ja, aber eigentlich erst später. Wie kann ich denn hier die Wand kaputt machen? Gar nicht, oder was? Wenn die jetzt alle durch die Garage kommen. Ja, die sind unten, ist was. Zwei Stück. Wenn die jetzt, wenn die alle fünf kommen, töte ich alle fünf mit einer Sprengladung, wenn ich Glück habe. Die kommen nicht alle bei euch, glaube ich. Dings von mir wird geschossen. Ja, Sipp, lass hier rum. Ich will hier dann Cookie-Lochie machen, aber ich kann nicht mehr auf meine... Ich konnte gerade nicht auf meine mittlere Maustaste drücken. Oh, fuck. Hallo Peter! Hallo! Was ist denn hier los? Dass man die Lichter nicht ausschießen kann. Ich guck nochmal Kamera. Ey, die sollen alle hier runterkommen. Da ist einer. Ich hab einmal richtig krasse Runde gemacht in der Bank. Sie hab ich schon online. Ne, die kommt weiter. Willst du doch hoch, oder nicht? Wir haben fast alle Kameras zerstört. Einer ist hier oben. Du meinst die Runde, wo du hinter denen standest. Ja, ja. Hier ist einer bei mir direkt. Wirklich direkt auf der anderen Seite. Können die den ganzen Boden aufmachen mit Sledge, theoretisch, wa? Ja. Also hier in dem Holzhaus kannst du glaub ich... Hab einen! Läu! Das ist noch einer! Ah! Die sollen mal hier durch die Garage kommen. Ich muss hier weg! Die Garage! Die kommt in die Garage! Oh, ich bin so im Arsch! Ich bin so übelst im Arsch! Da hat einer geflasht! Pass auf! Ahahahahaha! 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 No, jetzt bin ich tot! Ich trinke... Ich trinke mir einen. Ahahahahaha! Ohhhh! Boah, war das ne geile Runde! Ich hab da keinen gesehen, Sepp. Ich hab auch noch keinen gesehen. Die haben aber eine Flash runtergeworfen. Das heißt ja nicht, dass die da... Jaja, ich glaub dir. Keine Sorge. Die haben sogar Sledge noch. Das ist natürlich doof. Ich hab zwei mit ins Verderben genommen. Der Sniper ist übrigens mittlerweile im Haus. Ich mach mal Kameras. Okay, es gibt nur noch die Außenkamera. Lässt dann mich zu draußen. Ja, ihr Schritte, Sepp. Ja. Ich gucke auf die Treppe. Hier hat auch einer Schaden bekommen. Peter, hinter dir! Oder? Ja, nicht hinter mir. Der ist der da. Schön. Kommt doch einer durch die Garage! Das Schild stand schon hier! Das war schon da! Auf der Treppe ist nämlich mein Dingens. Mein Banditzeug. Geht nicht durch die Garage! Da kommt er! Da kommt er! Da kommt er! Da kommt er! Nicht bewegen! Okay! Anschleichen! Anschleichen! Wie er jetzt... Wie er Investor will! Und Klatsch! Ich hab keinen gesehen! Ich hab nicht mal einen Gegner in den Schuss gehört! So, weg mit dem Scheiß! Komm, Peter, wir pushen jetzt! Ja, und Spaß! Der müsste doch eigentlich pushen! Was hat der Sniper denn noch? Ne, Fuse ist noch übrig! Ah, guck mal, da liegt das Leichenfels bei Peter! Tja! Keine Ahnung, wo der war! Alter, das war so eine epische Runde gerade, ey! Die war so lustig! Ne, das war einfach richtig Fail von mir! Und dann verkackt wie noch mehr! Einfach richtig lustig! Okay! Immer einmal schlechter als der Jane! Ja, quasi! Wahrscheinlich ist nicht dumm von denen! Wieso spielst du IQ, wenn du die scheiße findest? Weil ich die sonst nie in einem Video hab! Wow! Also, bei uns kann er die, wenn er nicht tryhardt, mal zeigen! Ich hab extra Aufsätze gekauft dafür! Ja, ne, ich muss das auch zeigen! Diese spannenden Aufsätze, da hat ja auch so viele verschiedene gibt, wie Schalldämpfer und... Mach den Charakter hundertmal besser! Ich hoffe immer, dass die jetzt in irgendeinem Teil sind, wo man den Boden aufhämmern kann, weil da ja alles aus Holz ist, deswegen hab ich mal Sledge genommen! Sledge ist eh mal gut! Sind, glaube ich, Küche! Also, erst einfach in der Aim... Spielst du bei Sledge die Shotgun oder spielst du bei Sledge die... Nee, das ist die... Nee, die hochkalibliche Größe! Weil wenn du mit Sledge das Dach aufmachst und damit der Shotgun schießt, ist die Distanz zu groß! Oh ja! Er will mich! Er will mich! Also, Keller ist irgendwie nix! Er will mich! Er hat geschossen! Ich könnte die spotten! Ich sehe ihn vor mir rumlaufen, aber... Besser nicht, wie ich hochkomme! Scheiße! Ja, das Keller nichts ist! Ich bin ihm eben nicht! Ich weiß nicht! Also, der eine, der will mich die ganze Zeit! Der rennt mir die ganze Zeit wie ein gekoppter hinterher! Hä? Wo sind denn die Huren? Also, einer ist da großartig! Oh! Schießen die schon? Oder hat der noch die Drohne abgeschossen? Wow! Ich such den noch mit meiner Drohne! Nee, nee, nee! Ich war gerade... Ähm, äh... Hä? Wo sind denn die Lutscher? Hier! Nee, ich kann nicht markieren! Ah, da sind sie! Einfach mal rein! Wo ist denn hier die Scheiße? Alter, hier ist Dauer-Mute! Da seht ihr das, wo ich markiert hab? Da sind die! Ah, ich hab die Hostels auch gefunden! Äh, Semp, ich kann mal vorfahren! Alles gut! Rechts ist frei! Also der rechte Gang! Also der rechte Gang! Da war die Kamera! Aber fahr trotzdem mal weiter vor! Ja, blieb! Ja, blieb! Das sieht so geil aus dem ersten Liebteil aus! Also wenn du rechts wachst! Ich wachst ihr da gerade! Und dann wieder... Ich kann nur nicht hinter den Tresen gucken! Warte! Nee, geh mal hier in die Halle und fahr mal die Treppe hoch! Ich hab gerade... Ich bin grad mit der Drohne wieder oben! Wo ist denn die Kamera hier? Na oben! Ich bin grad mit der Drohne wieder links und rechts gefahren von der Geisel und dann bin du in deinem Typen geliefert! So oben sehe ich auch kein... Aber wie komm ich hier runter? Da ist Jay! Hi! Hallo! Ja! Peter fährt doch die ganze Zeit mit der Drohne rum! Ich auch! Oh, das war grad so lustig wie da, ey! Ja, die sind die Etage unter uns! Ja, aber... Vielleicht wär hier oben einer gewesen, der... In der Küche sind schon drei Tote, Leute! Die Küche ist frei! Alles klar macht halt alle in der Zeit, während wir hier die ganze Zeit Bullshit machen! Leute! Oh! Okay, einer nehmt noch, Leute! Oh Jay, ich bin hier übrigens! Ihr könnt die Geisel aus... Wow! 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 Gute Runde! Gute Runde! Gute Runde! What the fuck! Was ist das? Wow! In dem Raum liegen alle! Wow! What the fuck! Einfach nur! Entschuldigung! Was für Vögel, ey! Boah! Das war einfach geradezu gut, ey! Scheiße! Also ich hab mich langsam angeschlichen, hab gescoutet mit einer Drohne und dann war das Spiel vorbei! Super! So ähnlich war das bei mir und Christian auch! Der Alu räumt echt heute ab, ey! Der spielt doch immer so offensiv, der will einfach die Kills, der Junge! Offensives Verhalten ist meistens das, wo Rainbow Six Spieler weniger entgegenzusetzen haben! Ja, das stimmt! Das ist immer schwierig, was man darauf antworten soll! Komm, wir waschen jetzt einfach alle durch hier! Na, geht der leider nicht! Wir sind Verteidiger! Ja, durchwaschen! Einfach alle rausrennen! Einfach alle rausrennen, Peter! Dann wissen die gar nicht, wo die hingucken sollen! Natürlich wissen die! Können wir gerne mal probieren! Dann sehen die fünf Leute! Die können ja nicht fünf Leute gleichzeitig abschießen! Genau! Achja, Moment! Ey, steht da alle im Weg! Ja, ich konnte das Ding nicht hinsetzen! Er hält uns fest! Er hält uns fest! Nein, aber ich hab Mule und du setzt deine blöde! Die kommen ja runter! Halt! So, jetzt, jetzt sind die Rollen hier! Safe! Hier sind noch vier Rüstungen, ne? Einen noch! Äh, drei! Ja, eine gehört mir! Mist! Ja, eine gehört auch mir! Ja! Oh, die haben übrigens so die, äh, Geise gefunden! Die haben nicht einfach nur meine Rüstung gegeben! Top 4 has a 20 on the hostage! Äh, wer ist, wer ist der Typ mit dem, äh, Strom? Der kann hier mal wieder so ein Ding auf die Treppe legen, wo das vorhin auch lag! Ist hier noch durch? Wo? Nö! Ja, ich geh nach oben! Weil ich glaub von hier kommen die! Okay! Da sind nämlich die ganzen Drohnen hergekommen! Ja, aber die kommen manchmal aus einer anderen Richtung, Peter! Ja? Oh, die, die schießen ja schon die Fenster kaputt! Ja, Sepp, heute noch? Ja, geht nicht! Die wollen ja durch das Fenster! Ich hab eine Drohne durch den Keller! Irgendwo beim Jetski! Hat jemand ein Jetski? Das ist eine Twitch-Drohne! Direkt den ersten schon gemacht! Na, nice! Direkt! Warum legt der den denn nicht hier rein? Mann! Da unten zwei, Herr Schild! Und noch einer! Drei! Hier! Ah, da! Da waren drei! Die anderen zwei konnte ich nicht mehr markieren! Hier war ein Wegelchen an der Treppe! Hä?! Die hatten schon die Geisel! Die sind im Geiselraum! What?! Die sind im Geiselraum! Oh! Erstmal Christian angeschossen! Das ist das Schild! Das ist das Schild! Nice! Nein! Wir haben verloren! Christian hat die Hostage weggeknallt mit der Schrotze, Alter! Und gucken wir uns das an! Gucken wir uns das an! Oh, da ist! Die Heilgeisel! Ja! Ich dachte, der liegt da down! Oh, Mann! Scheiße! Ich hab dann zwei, zwei Leute abgestochen und dachte, Oh Gott! Was hab ich getan! Alles gut! Alles gut! Ja, ich übernehme! War ein bisschen lustig! Der Geist vom Brammenwald mit uns! Ja, genau! Er ist immer bei uns im Geiste, dieser Dennis! Ach, ich will! Der hat mich halt... Also, es gibt ja immer diesen Moment, wo du um die Ecke gehst und dann guckt man sich so an! Und man weiß nicht, hat der mich jetzt wirklich gesehen oder nicht! Ja! Und dann dachte ich, der wartet da um die Ecke! Na, egal! Ja! Minus 195 Punkte! Geil! Hä? Wo bin ich denn jetzt hier? Nice! Leute! Ich war ja auch ganz krass! Ganz verwirrt hier und her! Also, ich bin vor uns! Also, ich bin vor uns! Hält ich da nicht durch? Was ist denn das jetzt hier? Ich glaube, wenn ihr im Hauptgebäude seid, guckt beim ersten Stock oder im Keller! Eins vorbeim! Weil ich hatte, ähm... Falsch Keller! Keller ist safe! Keller ist safe? Okay! Kann nur im Master's Bedroom sein! Das ist oben und dann auf der Rückseite! Ja, ich hab's gefunden! Ich versuch noch zu einem markieren! Damit ihr seht, hier! Ich hab einen wenigstens noch gefunden! Okay! Nein! Ich will grad mit der Drohne steuern! Na da, Lati! Schön! Ähm... Bumsen war doch direkt auf der Drohne steuern! Versteck mal in die Fenster! Hey! Versteck dich nicht da, wo ich auch bin! Hey! Mit Stress oder was? Okay! Let's do this! Äh... Ich würd jetzt einfach mal hier die Wand wegmachen, oder? Die Castle-Dinger! Wär, wenn du erstmal die Kamera wegmachst! Nee! Wann ein bisschen Stress machen! Dann geh ich zu Dalu, weil Dalu snackt ja sowieso immer alle ab! Hier ist leider auch nochmal so eine Wand, die du wegmachen müsstest! Ja, aber dann kann die wegmachen! Ja, aber dann sei vorsichtig! Du kannst dich hier oben leider echt schwer verstecken! Wer hat denn da schon die Haupttür aufgemacht? Ich! Okay! Wird schon reingelaufen! Immer rechts rum! Pass auf, Jay! Pass auf, Jay! Da steht links einer hinter der Ecke, glaub ich! Oh ne! Nice! Da war noch einer! Ja! Moment, lebt der noch? Ist das der? Den Sepp gekillt hat? Ich hab einen! Nice! Boah! Da ist ja noch einer! Warte, lass mich auch da hochkommen! Kill Assists! Na, ich krieg gerade die Assists alle! Ach Dalu, killt wieder alle! LOL! Von hinten! Bring sie aus dem Fenster raus! Der ist im Treppenhaus! Da, wo die Treppen... Huiiii! Ich renn einfach mal weg! Da hat denn jetzt drei Flashes drin gewonnen! Alter, was ist das denn jetzt? Ich hab noch wegrennen! Wow! Ich hab gar nichts mehr gesehen! Ja, und ich! Hehehe! Hehehe! Was macht ihr denn da alle? Ich renn einfach mal wegrennen! Aber es gibt ne Anzeige, dass die Geisel weggenommen wird, oder? Ich bin da geil weggerannt! Ich bin da geil weggerannt! Achso! Ich hab gar nichts mitgekriegt, ey! Die sich haben da einen guten Einsatz abgeliefert! Mega verplanter! Jalo und ich waren das Dream Team High Five! Wobei, du hattest auch geile Runden, Jay, oder? Sollen wir vielleicht deine Perspektive nehmen? Können gerne meine nehmen! Ja! Jay hatte gar keine geile Runde! Doch! Der hat doch am Anfang voll den kranken Shit gemacht! Bis zum nächsten Mal! Tja, Sepp! Sei doch froh!